Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist ihr hier und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear. Ja, Solid Snake muss Outer Heaven infiltrieren und natürlich den bösen Plänen von Metal Gear ein Ende setzen. Metal Gear ist so eine Abschussrampe von Nuklearwaffen, die natürlich mobil ist und weltweit diese Nuklear-Raketen abfeuern kann. Deswegen muss das gestoppt werden. Und der beste Agent Grey Fox hat schon diese Mission verkackt. Nur Solid Snake kann das noch retten. So, im ersten Part haben wir schon vieles gefunden, nämlich das Fernglas, die Gasmaske, zwei Keycards und Minen, eine Pistole und natürlich auch diese Arsierer-Kähen. Wichtig ist, wir müssen noch einen Gefangenen befreien, das habe ich vergessen, das ist mir noch im Nachhinein aufgefallen. Mithilfe der zweiten Keycard, die wir am Ende des ersten Parts bekommen haben. So. Kannst du bitte weggehen, du blöde Kamera. Ich muss jetzt erst hier warten. I'm so sorry, but this is how it works. Kannst du zum Glück nicht durch Wände schauen. So, hier wollen wir rein. Ich habe noch an dich gedacht. Und anstatt gerettet, wäre ein Danke echt sehr lieb gewesen. Aber Snake wird einfach nur mit Dreck beschmissen, kommt mir sofort. So, ihr Lieben, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ich meine es ernst, wir brauchen alle Rationen. Jetzt geht's richtig ab. Drei, zwei, eins. Scheiße. Ach Gott, die Bossmusik spielt hier. Das war witzig. Ja, einfach vier Gegner. Wenn man nicht darauf vorbereitet ist, fehlt mir hier aber scheiße einlöfen. Ich kenne natürlich das Spiel. Nicht in- und auswendig, aber ich kenne es ganz gut. Komm. Und komm, lauf rein in dein Verderben. Hä, das hat doch getroffen. Und die Gegner können natürlich schräg schießen. Ich kann's nicht. Ich bin nicht unfähig. Äh, Snake kann es einfach nicht. So, Schalldämpfer. Und der Schalldämpfer wird automatisch ausgerüstet. Bedeutet, wir werden jetzt nicht mehr bemerkt, wenn wir schießen. Fantastisch. Darauf hat die Welt gewartet, ihr Lieben. Mithilfe der zweiten Keycard. Mithilfe der ersten Keycard kommen wir auch noch hier weiter. Es ist so dumm, dass du mit der zweiten Keycard nicht alles öffnen kannst, was niedriger ist. Hier bekommen wir den Granatenwerfer. Wunderschön. Wunderschön. Feiert Granaten ab. Ist einfach so. So, jetzt komm runter hier. Komm runter. Komm doch mal runter und chill. Zack, zack, zack. Und stirb. Gut, dass er sich erst später umgedreht hat. Oh mein Gott, sie sind schon die stärkeren Wächter. Wobei die eigentlich doof sind. Die sind doch dummer, als sie genomen sollten an Metal Gear Solid. Ha, Fußspuren? Das war's für ein Geräusch. Ihr wisst das. Die legendären Sprüche aus Metal Gear Solid. Guck, ich kann jetzt hier so hingehen und der sieht mich nicht. Der Sichtradius ist einfach entbärmlich. Juhu. Verborgs. Pappkarton. Die Beschreibung ist Pappkarton. Das war Metal Gear für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde hier einen Pappkarton verweilen. Das ist so geil. Der ikonische Pappkarton, den gab's schon in Metal Gear 1. So, wir können jetzt schießen und die hören uns nicht. Scheidämpfer sei Dank. Ich bin echt froh, dass man ihn so früh im Spiel schon findet. So, hier brauche ich jetzt tatsächlich das Fernglas, weil ich nicht weiß, was hinter unten erwartet. Guckt, der guckt direkt in unsere Richtung. Das heißt, ich würde direkt reinrennen. Deswegen ist das Fernglas ein sinnvolles Item, ihr Lieben. Sonst würde ich direkt in mein Verderben rennen. Ideas, hau Ideas. So. I love you so much. Und guckt mal, wo wir jetzt rauskommen. Da hieß es nämlich, ja, du brauchst Nikita. Das ist die Rakete-Dings. Später heißt es Nikita. Benutze die Richtungstasse, um den Flug der Rakete zu steuern. Spieler können sich bewegen, während die Rakete kontrolliert wird. Ja. Kann man abfeuern. Ist halt so eine Lenkrakete. Jetzt ist es ausgeschaltet. Und wenn ich jetzt da unten wieder rausgehe, sind wir da, wo wir die Keycard 2 bekommen haben. Und wenn ich dann wieder den Screen wechsle, ist der Scheiß hier wieder aktiviert. Habe ich keine Lust drauf. Deswegen gehen wir wieder nach oben. Nur damit wir erstmal ihn gesehen haben. Irgendwie ziemlich sinnlos. Fehlt ihr nicht auch? Komm her. Nein, dann schießen die ab. Scheiße, ich habe nicht mehr so viel Munition. Ich habe nicht mehr so viel Munition. Hallo Gefangener. Danke, dass du mir geholfen hast. Diane vom Widerstand ermöglicht ihre Unterstützung auf der Frequenz 12033 an. Diane sollte eine Menge Informationen über den Feind haben. Jetzt bekommen wir tatsächlich einen neuen Codec, was ich ganz witzig finde. Aber den Schneider, den haben wir von keinem bekommen. Das ist halt das Witzige. Du musst einfach wissen, wo du den anzurufen hast. Und ja, ich weiß es auch nicht auswendig. Ich habe das im Internet nachgeschraubt mit dem Schneider. Aber das wird er wahrscheinlich auch nur bei mir. Was keiner weiß. Dass man den so früh im Spiel anrufen kann. Das sagt ja eigentlich noch niemand. Ja, macht's halt noch mehr Klischee. Girls gehen nur shoppen, ist klar. Tue ich zwar auch. Ich bin halt so ein stereotypisches Girl. Aber das ist so weit drüben, ne. Diane vom Widerstand, als ob die nichts zu tun hat. Die geht einfach shoppen. Woher hat die Urlaub? Das ist halt so richtig Klischee. Aber ich finde es lustig. So, jetzt komm her. Komm her. Rein in dein Verderben. Du willst auch. Nur er sieht uns nicht. Er sieht uns nicht. Ist das peinlich. Und ich erwische ihn. Okay. Komm her, er sieht uns nicht. Das ist so bekloppt. Da kann man Spielen natürlich kritisieren. Aber ihr wisst ja, wie alt das Spiel ist. Kann ich nach unten? Ich kann auch nach unten. Oh nein. Wo muss ich jetzt hin? Das weiß ich nicht mehr. Das ist auf jeden Fall Rooftop. Da kommen wir noch nicht weiter. Na, jetzt kommt er wieder. Hier spricht Big Boss. Ich vergaß, da Ihnen etwas mitzuteilen. Das dritte Mal. Du vergesst immer alles. Ich glaube, der Typ hat Alzheimer. Auf dem Dach gibt es einen Windschutz. Suchen Sie dort noch einen Bomben-Schutzanzug. Ja, fürs Dach brauchen wir noch ganz viele Sachen. Fallschirm, Bomben-Schutzanzug. Ich glaube, Minendetektor. Ganz viele verschiedene Sachen brauchen wir da noch. Können wir das ja ein bisschen chronologisch durchgehen. Im Schlimmsten habe ich ja online hier die Karten zur Hand. Fangen wir erstmal hier an. Ich weiß nicht, ob wir hier schon richtig sind. Aber mithilfe des Pappkartons kommen wir natürlich an dieser Kamera vorbei. Das sollte klar sein. Tschüss. Guck, der Pappkarton hat tatsächlich einen Sinn. Für die Kritiker, die immer hinterfragt haben. Ja, aber wofür ist denn der Pappkarton? Kann natürlich mit dem Pappkarton nicht schlagen und so. Nicht schießen. Steh ab. Ich brauche echt Munition. Ich hätte Munition fahren gehen sollen, bevor ich hier hochgehe. Echt. Zack, zack, zack. Ja, es war so klar, oder? Es war so klar. Was hätte ich denn da machen sollen? Ja, er schießt durch die Wand. Durch die Wand hat er geschossen, der Sack. Ja, gut, dass ich die Rationen ausgerüstet habe. Hättest nicht getan, wenn ich jetzt tot. Ich sage ja, unheimlich hoher Schwierigkeitsgrad. Jetzt komm her, Mann. Und stirb. So. War zum Glück nur ein kleiner Alarm. Ich habe nur noch zwei Schuss, ihr Lieben. Wie soll ich das hier mal schaffen? Geekart zwei. Geekart eins. Okay. Hoffentlich keine Minen oder so. Halleluja. 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 This was better than sex. Guck mal, da ist immer noch C4. Nicht einmal benutzt. Gibt schon wieder Nachschub. Ja, ist klar. Natürlich seid ihr wieder da, ne? Gut, die Tür merken wir uns. Da können wir noch nicht rein. Der dreht sich sofort um. Nie tut er nicht. Boah, du kannst aber nicht mal weit schießen, Snake. Das kannst du eigentlich. Was kann Snake eigentlich? Hier hätte ich tatsächlich das Fernrohr benutzen sollen. Oh, bin ich müde. Du bist tot, mein Freund. Tot bist du. Deswegen benutze ich jetzt das Fernenglas. Ach du Scheiße, das war die Geschichte. Normalerweise bräuchten wir da eine Infrarotbrille. Aber. Metal Gear Veteranen wissen, dass es auch mit den Zigaretten geht. Auch Metal Gear Solid Veteranen. Bibiui. Müssen bald Energie verlieren. Weil das Laser, ich sehe mir jetzt nur, weil wir am Kiffen sind. So ein bekloppter. Snake, du rauchst wie ein Schlot. Echt. Wahrscheinlich kommen wir jetzt hier noch nicht mal rein. Wundern wir es tatsächlich nicht. Doch. Und wir kommen ein Level ab. Klasse 2. Das heißt, wir können mehr Munition tragen. Mehr Rations tragen. Das wird so geil. Oh mein Gott, das hat sich gelohnt. Und das wissen nur Metal Gear Veteranen. Einfach kiffen wie ein Schlot. Was ist das für ein unnötiger Scheiß? Ah, ich habe nicht das Fernenglas benutzt. Ist egal. Ich wette, hier kommen wir in keine einzige Tür rein. Aber probieren geht überstudieren. Snake, reiß es doch einfach ein. Nimm den Granatenwerfer. Gut, dass er den hier umgedreht hat. Ja, der Granatenwerfer hat jetzt auch Munition. 15 Stück. Nicht viel, aber immerhin. Gut, wir haben den Gefangene befreit. In diese Türen kommen wir noch nicht rein. Merken wir uns für später. Es macht halt so viel Spaß. Du musst einfach erkunden wie ein Weltmeister in dem Spiel. Und ja, natürlich musst du ja noch backtracken. Es macht einfach Spaß. Autor helfen immer ein bisschen mehr zu erforschen. Du bekommst immer mehr Möglichkeiten. Das verleiht dem Spiel diesen gewissen Charme halt. Bitte was? Im Schlaf hat er mich angerufen. Ich glaube, der hatte einen schlimmen Albtraum. Muss ich respektieren. Ich muss es einfach respektieren. Die hier, die hier. Dann sind wir hier schon durch. Mehr als in Gefangenen befreit haben wir jetzt zwar nicht, aber... Wir sind ein bisschen schlauer geworden. Viele nervige Wachen. Level up. Wir haben die Zigaretten ein bisschen in Aktion gesehen. Leute, raucht nicht. Rauchen ist gefährlich. Ich habe noch nie eine Zigarette probiert, ihr Lieben. Noch nie. Mein ganzes Leben nicht. Das war eine E-Zigarette. Aber das war es dann auch. Das kommt mir hier so bekannt vor, irgendwie. Ich würde jetzt so gerne Nikita benutzen, Lenkraketen hier alle wegsprengen. Aber wir wissen nicht sofort, wo wir sind. Ja. Schalldämpfer. Ich liebe dich. Ich möchte dich heiraten. Ich stelle dir den Schalldämpfer im Smoking ab. Einfach mal vor. Hochzeitsanzug. Schalldämpfer im Smoking. Und ich in so einem wunderschönen Hochzeitskleid. Ja. Bewegst du dich auch noch? Was ist das denn für eine Pfeife? Die schlechteste Wache in ganz Outer Heaven. Kann ich nicht anders sagen. Schicka 2. Nein. Nein. Das wird uns so das ganze Spiel begleiten. 2. Nein. 1. Nein. Ich sag ja, das Let's Play wird legendär. Ich weiß jetzt schon, dass es eines der lustigsten und besten Let's Plays von mir wird. Dass es einfach so witzig ist. Nein. Die Kammer kommt hoch, ne? Die Kammer kommt in der Tat hoch. Ich fass es nicht. Ohne Pappkarton nichts zu machen. 2. Schnell rein. Gottes Willen. Ich brauche für meine Hilfe. Was Wipkir vom Foxhahn ist gleich Foxhahn. Er wird in einem geheimen Telefon gehalten. Ja. Das wissen wir nur leider schon. I'm so sorry. Nett, dass du uns das sagst. Aber wir wussten es schon. Denn ich bin ja Mrs. Ivy wissend. Nein, ich habe euch die Story ja schon erklärt. Was hier abgeht. Schieß doch, Snake. Oh, Snake, du bist so ein Vollidiot manchmal. Echt? Also, das war eine der peinlichsten Szenen, die ich jemals hatte. In allen Metal Gear Let's Plays. Echt. Was war das denn? Ey, Snake, du hast echt eine Reitweite. Das ist ja peinlich. Das ist übrigens der Jab von Super Smash Bros, ne? Ich würde die, die es nicht wissen. Danke, dass du mir geholfen hast. Die einzige Möglichkeit, in jede geheimen Zelle zu gelangen, ist, sich gefangen nehmen zu lassen. Ja, toll. Soll ich direkt in die Hölle wandern, oder was? Könnte meinen, der will nur, dass wir gefangen genommen werden. Was für ein gehässiger Mensch. Komm her. Komm her. Ja, Kutschiku. Voll in die Eier geschlagen. Die Schwachstelle eines Mannes. Yay. Maschinenpistole. Stimmt, wir haben das doch gar nicht gelesen. Granadenwerfer feuert Granaden ab. Maschinenpistole. Quadrat gedrückt schalten, um Dauerfeuer auszulösen. Und ja, das hat auch einen Schalldämpfer. Ganz nett für Bosse und so. Viele Gegner auf einmal da sind, wenn man entdeckt worden ist. Werde ich nicht so oft benutzen, kann ich jetzt schon mal sagen. Sorry an alle Maschinenpistolen-Fans und Fangirls. Ich werde es nicht so oft benutzen, weil ich so sorry. Komm her. Ich sehe ein bisschen pervers aus. Ich habe wahrscheinlich wieder nur eine komische Vorstellung. I'm so sorry. Ich kann es mir nicht verkneifen. Wofür ist das? Ich habe nichts gesagt. Keine Bewegung. Feen ab. Shit. Big Boss. I need your help. Hier spricht Big Boss. Die Filtration abgeschlossen. Finden Sie die Zelle, in der Grey Fox festgehalten wird. Prüfen Sie auch die Wände. Ende. Schneider! Ich brauche deine Hilfe. Schneider hat mich im Stich gelassen. Ich wusste, Schneider, du bist ein Unmensch. Ein diabolisches Wesen. Toll, jetzt kommen wir vor wie so ein kompletter Vollidiot. Mit Snake. Weil ich jetzt die Wände alle abtasten darf. Ja, natürlich. Der Typ ist so strong, der kann einfach ein Loch in der Wand schlagen. Und das hier ist niemand anderes als Grey Fox. Frank Jäger. Du hast es geschafft, Recruit. Ich bin Grey Fox. Metal Gear ist die ultimative Waffe. Ein für jedes Terrar geeigneter, mit Nuklearwaffen ausgestatteter, aufrecht gehender Kampfpanzer. Wenn sie vollendet ist, dann kann ein Nuklearschlag von überall auf dem Planeten her erfolgen. Wir müssen alles tun, was wir können, um diese Waffe zu zerstören, bevor sie fertig ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, um Metal Gear zu zerstören. Und die einzige Person, die weiß, wie man das macht, ist der Entwickler von Metal Gear. Ach, Dr. Drago Petrovic-Martner. Länge Namen konnten sie sich auch nicht ausdenken, oder? Warum nicht? Professor Dr. Dr. Drago Marcel Petrovic-Martner-Meyer-Michael Myers. Das ist aber nicht erzählen, nur Quatsch wieder. Weil der wird irgendwo hier in diesem Gebäude gefangen. Finde Dr. Martner. Dr. Martner, der ist ziemlich mad, wenn wir ihn sehen. Wir wollen sein Meisterwerk, Metal Gear, zerstören. I'm so sorry, Dr. Martner. So. Jetzt kommen wir wieder vor, wie eine Idiotin, der alle Wände abtaste. Ich will da durch. Gut, wir haben nichts mehr. Alles weg. Vorher kennen wir das. Richtig, von Metal Gear Solid. Wo Revolver Ocelot einen ja auch komplett entwaffnet hat. Ja, viele Ursprünge findet man tatsächlich in diesem Spiel logischerweise wieder. Die später auch noch in anderen Metal Gears verwendet worden sind. So. Drei, zwei, Kabel eins. Ich bin der Schottmüllkracher. Niemand ist bis jetzt von mir entkommen. Fuck my life. Fuck my life. Ich glaube, ich muss durchlaufen. Das wusste ich beim ersten Spiel. Und beim ersten Spiel habe ich echt alles abgesucht. Ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Auf einmal kann Snake Türen aufschlagen. Wie oft habe ich schon gesagt, hey, schlag doch einfach die Tür auf, wenn ich die Kili-Karte hat. Hier geht's. Die einzige Tür im Spiel muss geht. Das macht Sinn. No, it doesn't. So, Schottmaker. Ein Sender wurde angebracht. Keine Sprengsätze wie Metal Gear Solid. Aber einen Sender wollen wir definitiv nicht haben. Was war das? Schnell weg mit dem Scheiß. So. Regeneration. Und los geht's. So, in die Ecke stellen. Die trifft er, glaube ich, nicht. Oh, triffst du nicht. Schwupp. Das ist doch fast wie ein Cheat. Aber das hat man ja in Metal Gear Solid mit Sniper Wolf genauso gemacht. Das ist ja der Witz. Chabella. Das war der erste Boss. Der ist ziemlich schwer, wenn man sich denen gegenüberstellt. Weil die Schüsse von neben sich so streuen. Müsst ihr wissen. Schon ein bisschen tricky. Aber ich weiß natürlich perfekt, wie ich die Boss besiege. Fährt sonst ein bisschen traurig. So. Key Cards. Ah, ja. Gut, das war doch ein Sportnamen. Ich wollte schon weitergehen. Key Cards. Try. It's so dry. Oh, das macht so Spaß. Das Spiel ist eines der besten Retro-Spiele ever. Verdammt gut gealtert. Es war relativ simpel. Aber es macht so verdammt viel Spaß. Jeder, der Metal Gear Solid liebt, sollte das Spiel unbedingt spielen. Es ist blöde, dass wir jetzt keine Raketen mehr. Ich werde wahrscheinlich backtracken, um die nochmal zu holen. Weil die erleichtern nicht nur die Bosskämpfe. Die sind natürlich auch ziemlich geil. Weil die einfach lenken kannst. Mit Minen hätte ich den... Weiß nicht, ob ich den Minen hätte besiegen können. Mit Granatenwerfer geht's auch. Das wäre meine zweite Wahl gewesen. Key Card 3 geht nicht. Key Card 1. Key Card 2. This sucks. I need a better Key Card. Schau, ich brauche mir hier die dritte. Aber was weiß ich schon. Ja. Gut, dann werden wir hier sowieso nicht weiterkommen. Oh nee, das ist so eine Assi-Stelle. Weil hier super viele einreißbare Wände sind. Ja. Oh Gott. Hier müssen wir wirklich jede Wand untersuchen. I'm so sorry. Aber genau das wollen wir jetzt tun. Soll ich den Pappkarton benutzen, Snake? Also manchmal glaube ich auch, du musst echt ein kleiner Troll. Echt. Oh nee. Da. Auf einmal ein Freizeichen. So seltsam. Auf einmal ist hier ein Freizeichen. Natürlich. S2C4. Juhui. Mehr Munition und mehr C4. Relativ wichtig, wie gesagt. Weil man hier sehr viel einreißen muss. Cool. Maximale Traganzahl ist jetzt 10. Ist schon mal per se ganz gut, finde. Boah, mir geht's nicht gut, ey. So, jetzt geht's mir besser. Mit dieser geringen Lebensenergie rumzulaufen. Oh Mann, die sind so schwer zu treffen. Und mit bloßen Schlägen kannst du die auch nicht umbringen. Die Hundes. So. I'm so sorry, Leute. Ich hab's euch gesagt. Wir müssen jede Wand untersuchen. Nervigste, langweiligste, langweiligste Stelle im Spiel wahrscheinlich für viele. But it is how it is. Könnte ich jetzt hier meinen Cheetah-Map aufrufen. Weil da steht wahrscheinlich genau, was du einreißt kannst, sowas nicht. Aber ich möchte euch hier die echte Metal Gear Action bieten. Ich weiß es natürlich auch nicht mehr auswendig. Ist jetzt einreißen, kommen wir es nicht. Komm her. Aus. Böser Hund. Mann, ey. Ist aber bissig. Wie sonst was. Bestimmt Rottweiler. Ach, Snake. I need my C4 again. Mit Minen kann man das, glaube ich, nicht aufreißen. Minen liegen, selbst reinlaufen. Ich glaube, das geht nicht. Und hier ganz wichtig für die Mitte des Spiels. Die feindliche Uniform. Lass mal einfach so stehen. Wir können die ja mal anziehen, weil es stylisch ist. Aber ja, wir wissen aktuell noch nicht, wofür die ist. Ist einfach so. Und ich weiß aktuell noch nicht, wo ich hier reinkomme. Kommt auch rein. Ins Innere, dieses Labyrinth. Genau hier nämlich. Ach, das ist so fies, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Voll weiter nebenplatziert. Aber es reicht trotzdem, weil die Explosion so gigantisch ist. Die müssen noch viel mehr einreißen. Oh Gott, Leute. Ein Spaß für die ganze Familie. Was war mir noch in dem Part? Damit ende ich den zweiten Part von Metal Gear. Metal Gear 1. Für MSX. Und jede Bleibstar. Mach Sitz. Mach Platz. Gott. Fast noch schlimmer als die Wölfe von Metal Gear Solid 1. Ja, ihr dürft die Spiele nicht verwechseln. Metal Gear und Metal Gear Solid. Solid war am Anfang nur nicht da. Gott schuf erst. Metal Gear ohne Solid. Am Anfang war das Spiel nur nicht Solid. Ne, ich finde Solid genug. Echt, das macht so viel Spaß. Ich glaube, das C4 sprengt uns selber auch nicht weg. Ja, Fernglas. Perfekt. Echt Snake. Manchmal glaube ich, du willst mich einfach nur verarschen. Ja, schon. Wenigstens gibt das zu. Ich will hier durch. Ich will hier durch. Ich will alles zerstören. Ich bin Solid Snake. Hunni. Hunni. Ich habe so Angst, dass jetzt hier ein Hund auf einmal kommt. Was habe ich gesagt? Weibliche Intuition Deluxe. Weibliche Intuition Deluxe. Weibliche Intuition Deluxe. Das war echt. Also wenn jemand wieder ein Best-of machen sollte zu diesen Let's Play High. Echt, das ist... Wow. Das... Ja. Manche Sachen sollte man unkommentiert lassen, I guess. C4. Es war einfach nur weit genug, sich entfernen und explodiert das. Ist hier nur irgendwas Cooles. Shortcut oder so. Nein, natürlich nicht. Ey. Wo kommen die auf einmal weg? Wo kommen die auf einmal weg? Hol gleich die Kanadenwerfer raus, Hunni. Jetzt spreche ich da die ganze Hundemannschaft weg. Hier ist zum Beispiel der Schutzanzug. Nicht die Batia-Armor, die gibt es auch in dem Spiel, aber der Schutzanzug, den wir für das Dach brauchen. Wir haben immer noch nicht den Fallschirm. Gut, hier haben wir alles erkundet. Jetzt muss ich den ganzen Weg backtranken. Ich kann kotzen. Mit den Hundis und allen Scheiß. Mit den Hundis und allen Scheiß. Steh ab. Schon ein bisschen catchy, der Soundtrack. Na, 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 na. Vor allem, wie die Spannung aufgebaut wird, mithilfe des Soundtracks. Ich finde das schon echt gut. Sehr, sehr passend. Spiel hat nicht sehr viele Soundtracks, aber die sind eigentlich alle ganz catchy. Gerade für die damalige Zeit. Schlafende Hunde sollen wir nicht wecken. Gibt es da nicht so ein Sprichwort? Habe ich ja nicht geweckt, ich habe ihn getötet. Heißt, kalt, ermäuchelt. Ach so, jetzt sind wir hier ganz unten. Now I see, jetzt verstehe ich. Ihr wisst, was es bedeutet. Wir speichern und verenden den Part. Fantastisch, richtig viel geschafft. Freut mich. Und, holy shit, das war so lustig. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und euch hoffentlich genauso viel. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Aire. See you. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao.